Hallo, der April ist fast wieder vorbei. Eins habe ich noch für euch und zwar ist das der Manfred Maurenbrecher. Manfred Maurenbrecher ist ein Berliner Liedermacher und er lässt seine Reisegeschichten von Aggregatzuständen in Zeitzustände wechseln. Musiker werden oft Musiker, weil sie eben was zu sagen haben und was genau der Manfred Maurenbrecher zu sagen hat, das seht ihr jetzt kurz in diesem Clip. Die Dame dort im Flur war my fair lady, sang in den Varietés von Genf bis Flensburg auf. Und der Herr daneben hier, heißt Badura, spielte Klavier für sie von Jugend auf. Komm rein, die zwei sind meine Gäste und manchmal kommt Musik. Alles befindet sich im Umbruch und Manfred Maurenbrecher hat seine Ansicht dazu. In seinem aktuellen Programm Flüchtig könnt ihr ihn bewundern und zwar am 27.04. im Kulturgut in Weichel. Bis dahin, auf Wiedersehen. Musik 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 Musik